Hey und willkommen zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder Informationen oder potenzielle Informationen für die nächste Minecraft-Version, für das nächste Minecraft 1.19 Update. Das ist ein Notfall-Video. Ich habe soeben das erste Video dazu fertig gemacht mit dem ersten Mob für das Mob-Vote und schon kam das nächste Mob fürs Mob-Vote raus. Deswegen gibt es heute nochmal ein zweites Video, aber da habt ihr wahrscheinlich keine Probleme mit. Folgendes, es brennt, die Hütte brennt. Leute, 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 jetzt bin ich halt, pass auf. Das erste Mob war so, naja, ihr habt es gesehen, das zweite Mob würde ich eigentlich nehmen, ohne das dritte Mob abzuwarten. Haltet euch fest, es geht los. Das dritte Mob, was vorgeschlagen wird, ist das Alley. Und was das kann, das sage ich heute in diesem Video. Deswegen immerhin was Neues gibt. Ey, Pferd, hör auf mich zu steigen. Immerhin was Neues gibt, erfahrt ihr das hier auf meinem Kanal über die 1.19, vieles mehr aus Minecraft. Deswegen stellt sicher, das Video zu liken für den YouTuber-Grythmus und den Kanal zu abonnieren, weil dann kriegt ihr immer Bescheid. Also, das Alley ist am Start. Ich werde es auch hier wieder zeigen, was es damit auf sich hat. Das Alley hat eine ganz besondere Eigenschaft. Erstens ist ein Musikliebhaber, synergiert jetzt nicht so ganz mit mir, aber man kann Notenblöcke nutzen, um es wahrscheinlich anzulocken. Ja, und wenn man es angelockt hat, dann kann man diesem ein Item geben und dann wird es losziehen und weitere Items dieser Art suchen. Also, es sammelt für den Spieler Items. Und ich vermute mal, dass man es automatisieren kann. Es wird mehrere Items dann zurückbringen und mit Notenblöcken kann man das auch wieder dazu bringen, dass es diese Items droppt. Und im Klartext heißt das, das ist automatisierbar. Man kann mit Redstone logischweise die Notenblöcke ansteuern, sodass das Alley die Items auf eine Stelle droppt, wo es droppen soll. Und dann zieht das am besten wieder los, weil das vielleicht im Dispenser, weiß nicht, ob das dann gehen wird, aber vielleicht muss der Spieler das auch machen. Man gibt dem ein Item, das Alley droppt das dann an eine gewisse Stelle, liefert die ab und zieht wieder los oder whatever. Man kann jedes beliebige Item dem Alley geben und das Alley wird dieses Item in der Welt für den Spieler suchen. Ebenso scheint es so, als ob es fliegen kann. Es wird nicht über den Boden laufen, das heißt, es wird wahrscheinlich auch nicht in Lava reintreten und so ein paar Geschichten. Und das ist doch schon mal wieder insane nice. Leute, wir fahren generell, auch bei Sugarcane-Farmen oder sonst irgendwas, Items liegen auf dem Boden. Bistens zerstört das Sugarcane, Sugarcane geht auf dem Boden, das Alley geht hin, sammelt das Sugarcane ein und bringt es an eine Stelle, wo es abzuliefern ist. Das heißt, wir können uns Minecart-Sammelsysteme sparen, wo man mit Hopper durch Blöcke Items sammelt und solche Geschichten. Zumindest stelle ich mir das gerade vor. Im Vergleich zu dem ersten Mob von, äh, weißt du ja, dem Glare, muss ich sagen, das Alley ist einfach 10 von 10, wenn das Glare 1 von 10 ist. Oder, Leute, euer Feedback in die Kommentare. Was findet ihr aktuell das bessere Mob? Sagt mir Bescheid, das Alley, was ich eben erzählt habe, oder das Glare. Ja, Leute, ich bin hyped. Ich bin einfach hyped. Ich kann nicht aufhören. Ah, ich habe mir den Trailer mindestens jetzt dreimal angeguckt. Und, ähm, das könnte ausnahmsweise mal ein Mob sein, was useful ist. Die ganzen Mobs aus der letzten Zeit, die waren ein bisschen kritisch. Der Glare-Squid, mh, kann Bilder zum Leuchten bringen. Wow. Oder, oder, oder. Also, er hat nicht wirklich eine Funktion. Wir haben einen nutzlosen Tintenfisch, jetzt haben wir einen zweiten nutzlosen Tintenfisch. Äh, das Phantom wurde ebenfalls mal durch ein Mob-Vote reingebracht. Und das Einzige, was es ist, ist nervig. Aber das Alley, das könnte insane nice sein. Das sammelt wirklich Items und hilft dir. Hilft mir Automatisierung. Und man kann es mit Notenblöcken steuern wahrscheinlich. Das ist insane nice. Gut. Äh, ich will natürlich noch nicht mich komplett festlegen, bevor ich das dritte Mob kenne. Aber ich glaube, das ist bisher mit Abstand mein absoluter Favorit. Und besser als ein fliegender Moosblock, der dir sagt, wo es dunkel ist. Okay. Nur so meine, äh, Geschichte. Leute, wenn es wieder was Neues gibt, erfahrt ihr das hier auf dem Kanal. Ich lade euch auf dem Laufenden und wir sehen uns im nächsten Video. Ich schätze mal, das kommt wahrscheinlich morgen dann auch. Okay. Bis dann, das Kachen. Ciao, ciao.